Wir haben letzte Folge so viel Zeug gefunden, ich hab 27 Crystals. Hier, hier, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist zu, ey, das ist wirklich, ich schwör, wir hacken nicht. Es ist halt, äh, also wir brauchen wirklich nur noch Dears, dann sind wir halt komplett fein. Ich hoffe, dass ja auch alles schmilzt, wir haben so viel Gold einfach, das ist richtig crazy. Ich mach dir direkt nochmal einen Enchantor. So, Ambus steht auch. Jetzt muss ich wieder 6 Obsidian davon, damit wir das Titan haben. Hier sind Zombiespawner tatsächlich. Ah, krass. Willkommen Leute und willkommen zu Folge 4 von Titan, mit dabei ist der Vini. Was geht ab? Was geht ab? Und wir joinen jetzt auf dem Server, gerade sind nur Items und Corona drauf. Ja, das kann aber sein, ich bin schon drauf, ja. Es kann aber sein, dass wir gesnipet werden tatsächlich. Aber es war zumindest niemand hier bei unserer Base, so wie es aussieht. Okay, das ist schon mal wichtig. Wir sind, wir sind actually aktuell gegangen, auf Full YOLO. Also wir haben die ersten drei Folgen am Stück aufgenommen, sind aktuell gegangen. Oh nein, ich hab nicht gesagt. Dann müssen wir raus, oder? Warte. Vini, äh, also haben wir so gute Kipp wie möglich? Ja, ich denke schon. Das ist noch kein verzaubertes Schwert, oder? Lass ich abhallen lassen. Nee, ich hab nur das hier. Wir bauen hier abhallen. Soll ich verzaubert schnell? Nee, 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 wir haben eine Schutzphase, wir müssen hier gleich weg. Baut euch nach oben. Wir müssen die Sachen hier weg. Soll ich nach oben bauen, hier direkt? Nee, irgendwo hier bei uns direkt, ja. Hier einfach hoch. Hier? Oh, warte. Willst du dich hoch? Ja, 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 lass hier hoch. Soll ich sneaken oder rennen? Ja, ja, lass sneaken, sneaken. Wir wissen nicht, ob die uns wirklich schneiden oder ob die uns Angst machen wollen. Ich weiß es auch nicht. Warte, lass hier hoch direkt irgendwo, nicht den Gang zurück, lass hier hoch einfach. Hier hoch einfach. Einfach, einfach nach oben. Einfach straight nach oben. Du brauchst du? Einfach straight nach oben. Baut dich einfach straight nach oben. Keine Treppe, einfach nach oben. Die wissen halt, wo wir sind auf der Map, ne? Das heißt, wir müssen von dort weg, wo wir jetzt sind. Okay. Da ist ein Zombie-Spawner. Also, ist jetzt nicht so wichtig, aber... Oh, shit. Du baust dich direkt neben mir einfach hoch, ne? Ja. Okay. Die sind halt leider auch extrem gut in PvP, glaube ich. Das Problem ist, dass die zwei halt zwei Folgen mehr haben, als wir gerade. Wir haben zwar gutes Equip, aber... Okay, das ist hier ein Equip-Vorteil auch. Oh, Mannschaften, war Mannschaften, war Mannschaften, war Mannschaften. Ja, Gravel. Alles gut. Reißen. Oh, uff. Ich sollte gleich oben sein. Wir müssen trotzdem straight nach oben bauen? Ja, ja. Einfach straight nach oben bauen. Du kannst in den Gravel einspringen einfach, dann kommst du nach oben. Ah, okay. Die wissen halt safe, wo wir sind, das ist das Problem. Ey, wie nie... Der Clurl macht mir Hard-Damage. Du musst den abbauen, bauen einfach ab, bauen einfach ab. Ich baue ihn ab, aber ich habe jetzt nur noch sechs Herzen oder so. Ich bin jetzt zweimal in Clurl reingekommen. Ja, zweimal ist es... Mehr kommen nicht. Mehr kommen nicht. Ich habe auch zweimal Clurl gehabt. Okay. Uff. Uff. Meinst du, die warten oben? Ich sehe gerade nichts. Bist du schon oben? Ja, ja, ich bin fast oben. Also ich bin noch nicht draußen, ich warte gerade noch bei der Erde. Also ich sehe halt keinen Namen gerade, das ist halt gut. Ja. Okay, du bist da. Okay, hier oben geht's raus. Okay, sind wir raus? Ich würde abbauen und dann einfach direkt raus, ja. Also eigentlich war unser Plan... Okay, es sind sauviele Mobs hier, aber keine Gegner bisher. Ich laufe einfach mal hier weg kurz. Komm einfach mit mir mitmalen. Ich laufe mit. Hier sind extrem viele Kühe, aber... Ah, der ist... Der ist ein Skelett. Oh, Alter. Ich habe gerade absolut Schiss gehabt, ey. Die Frage ist halt... Also das Ding ist, wenn die unsere Höhle finden anhand von unseren Folgen, die wissen halt niemals, wo wir jetzt gerade unter der Erde waren. Weil wir sind ganz woanders runtergegangen. Wir waren irgendwo da hinten in diesem Sumpf. Wir waren ganz woanders. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt hin sollten, oder... I don't know. Ich würde den Endermann davon kurz kühlen, glaube ich. Ja. Ich weiß gerade nicht genau, wo du bist. Bist du in Richtung zurück? Ich bin im Sumpf. Ich bin im Sumpf. Ich bin im Sumpf. Okay, okay. Schau, dass du so schnell zu mir kommst. Ich seh hier aber nicht. Wohnsumpf. Da bei diesen... Großen Slime. Wo bist denn du? Ich bin noch vorm Sumpf. Direkt neben der offenen Fläche ist ein Sumpf. Ich seh den Sumpf, aber der Sumpf ist riesig. Deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung du bist. Ich bin bei diesem Zauberwaldbiom daneben. Weil ich komm zurück. Ich seh auch das Zauberwaldbiom. Ich glaube übrigens, das halbe Herz, das mir fehlt, ist ein... ist nur ein Anzeige. Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Wo bist du? Ah, hier oben. Ja, ich bin direkt hier runtergegangen einfach. Okay. Ich hab auch fünf Wolle. Also eigentlich wollten wir noch ein bisschen farmen. Ja, das hat sich jetzt erledigt. Aber es hat sich dadurch erledigt, dass wir halt da ein bisschen Schiss hatten gerade. Ich weiß nicht, wo wir hin sollten, Micha, ich bin. Ich weiß auch nicht. Ich würde vielleicht einfach wirklich in den Zauberwaldkurs reinlaufen. Okay. Das Ding ist, wir können halt noch so viele Sachen machen jetzt. Wir müssen halt noch entscheiden. Wir können noch Zeit und Zeug machen. Haben wir noch mehr Dias, um mehr Titan zu machen? Ne, das fehlt uns halt noch. Wir brauchen nur Dias, eigentlich nicht. Also brauchen eigentlich noch Dias. Ja. Ich nehme mal die ganze... Nimm mal Spinnen mit. Wir brauchen Bögen. Ich nehme noch die Hühner auch mit. Also Fäden. Wir haben auch gerade gesagt, es gibt doch ein gemeinsames Inventar, was wir noch nicht benutzt haben. Ja, das war auch nur 100.000 Mal in den Kommentaren, Leute. Wir wissen das schon. Wir haben es halt einfach nur vergessen am Anfang. Also das ist auch benutzen. Und die nur eine String getroppt jetzt. Okay. Die werden uns jetzt safe nicht mehr finden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also willst du hier nochmal... Hier ist die Border. Hier ist die Border. Tatsächlich. Ich sehe die nicht. Hier ist das solide Partikel. Ah ja, jetzt sehe ich es. Keine Ahnung, wir können dann natürlich hier nochmal runtergehen kurz. Ja. Ich würde glaube ich schon nochmal runtergehen. Ja, eigentlich schon. Also doch, wir bräuchten schon nochmal ein bisschen besser aus der Kühe. Wir sind halt jetzt im Vorgerückstand. Das ist das Problem. Sonst wäre es ja absolut fahren. Ja, ja. Wir sind gerade erst bei... Also es ist jetzt die Viertel. Die anderen sind ja schon so... Also da geht die und Phoenix in der Folge 6 gerade. Das ist halt, ja. Also ganz ehrlich, ich würde hier nochmal runtergehen. Das hier in diese Hülle ran. Ja. Okay. Das hier ran und wir... Die werden uns jetzt hier auch nicht mehr finden. Nee, nee. Aber die sind uns schon nachgejoint, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde einfach hier runtergraben nochmal. Brauchst du noch einen Wassereimer oder... Nee, ich habe einen. Oh Gott. Ah, okay. Okay. Jetzt hast du mein Wasser auch. Weil ich habe mir ein neues. Ach, endlich jetzt? Ja, ja. Ich wollte das Wasser so hinlegen für Emily Schließe. Aber es passt schon da vorne, ist eh direkt was. Aber nice, dass wir eine Schlucht haben. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist wirklich nice. Können wir direkt irgendwo runter eigentlich? Soll ich... Darf man die Koordinaten in der Uncut-Version auch wegpixeln? Ja, du kannst die einfach zensieren. Das ist ganz egal. Ach, das darf man auch in der Uncut-Version zensieren? Ja, ja. Kannst du auch in der Uncut-Version zensieren. Lass uns hier einfach nochmal drunter gehen. Soll es auch für 11 kommen. Dann können wir nochmal in Ruhe entscheiden vielleicht gleich. Hm. Gut, ich muss jetzt nicht hinter uns zubauen, oder? Die kommen da niemals her. Nein, ich glaube nicht. Gut. Hier ist auch eine Lava. Ja, ich weiß nicht, hier ist sie, hier ist sie. Hier ist auch Titan direkt wieder. Wir brauchen eigentlich Dias. Ja, brauchen Dias. Wir wollen uns nicht beschweren bei Titan, aber Dias wären schon schöner. Hier ist auch nochmal Titan. Ey, hier ist unfassbar... Ich glaube, Titan kann nicht dieselbes Bauern halt haben wie Dias. War immer so. Ich habe mir das nochmal anschauen sollen in den vorherigen Folgen. Also in den letzten, im letzten Titan-Projekt einfach, ob wir wirklich so viel gefunden haben, auch in den anderen Staffeln. Aber ich denke schon. Die anderen haben ja auch so viele Titan gefunden. Ich gehe mal ein bisschen, hier ist nochmal, Lapis nehme ich nochmal mit. Und schaue ich mal, ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich habe Dias. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau das, was wir gebracht haben. Also unser eigentlicher Plan für die Folge war, dass wir zuerst noch ein paar Dias unten holen. So circa sieben Minuten lang einfach meinen. Wenn wir keine finden, dann gehen wir halt hoch und holen uns Äpfel. Jetzt haben wir es halt andersrum gemacht, aber die Äpfel haben wir halt noch nicht. Da grauen wir auch. Stell dann direkt den Titan hoch und wieder auf. Lapis ist auch schon mal gut. Wenn uns das leer gehen würde, wäre auch ultra nervig. Waren fünf Dias immerhin. Damit kann man schon was anfangen. Ja, wie viel brauchen wir für diese Swords, diese Schwerte? Die Great Swords brauchen wir, ich glaube das reicht vielleicht. Ah, nein, das reicht für eines vielleicht. Muss ich gleich schauen. Aber ich mache erst mal das Titan draus. Wollen wir diese fetten Schwerte machen, ne? Genau, ja. Ich tue übrigens, wenn du ins Safe Inventory auch Sachen rein tust, dann mach das nicht mit Shift, ne? Weil das ist gerade noch verpackt, glaube ich, dass da manchmal das Game crasht, weil es hat das Sasuke. Also nicht, dass das einfach riskieren ist. Also wie mache ich das Safe Inventory auch? Du gehst ins Inventar und über deinem Helm ist so ein O, da kannst du draufklicken. Ah, okay, dann packe ich hier auch mal das Gold rein. Wollte ich, glaube ich, gerade auch direkt mal konsequent mit Shift gemacht, aber es ist nix abgeschickt. Lucky. Das ist die Gewohnheit, ne? Ja, ich wüsste. Du sagst mir zwei Sekunden vorher. Ich bahn auch schnell Obby ab. Willst du vielleicht dann zu mir kommen und kurz den Chanten hier bei mir? Ja. Weil, dass wir das zumindest erledigt haben, weil das ein bisschen sicherer ist. Hast du mich vorher gesehen gerade? Da ist auch nochmal Teil, hier ist ein Diablog. Ja, das ist der Diablog. Ja, ich bist sehen. Ich dachte gerade. Ich stelle dir einen Chant und Ambus gleich auf. Hier ist auch nochmal Titan. Oh, ich habe Dias. Nice, nice, nice. Sehr gut, sehr gut. Oh, sind das zwei Dia-Quellen? Vini, komm mal her. Ich habe zwei Dia-Quellen. Oh ja, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Lu. Das habe ich in meinem Kopf, glaube ich, fast noch nie erlebt. Direkt so zwei... Das ist ein Achterohr. Wir haben alles, was wir brauchen. Das sind zwei Achterohrs übereinander. Alter. Titan, Achter und Dia-Achter. Oh mein Gott. Holy. Und der hier halt auch nochmal, ne? Das hier ist ein... Wahrscheinlich ein Zweier. Oh, das ist extrem stark. Das hier ist, glaube ich, nur ein Zweier, aber... Wenn wir genug haben... Hier ist ja auch nochmal Titan. Das ist richtig stark. Okay, dann haben wir jetzt doch schneller alles bekommen, als ich dachte. Ja. Ja, ja. Ich mache da direkt das Powder draus. Ich habe dir den Ambus und so weiter hier auch aufgestellt. Also du kannst dir direkt dann auch entscheiden. Okay. Waren das alle Dias? Ja, müssten alle gewesen sein. Irgendwie viel haben wir? 15 Stück habe ich jetzt. Alter. Krass. Richtig gut. Wir müssen jetzt Obsidana bauen. Extrem schnell. Das ist jetzt ein bisschen stressig. Enchant du erstmal. Ich glaube, es ist ein Enchant. Wo ist das Enchant der Zeug? Steht bei dem Dia-Ofen, wo du vorfassst. Ah ja, hier. Okay. Wie soll ich was entscheiden? Warte mal das Titan in den Ofen, oder? Wir brauchen Obsidana für das Problem. Aber hast du noch Gold? Du kannst das Gold in den Ofen derweil packen. In den Dia-Ofen, das hast du verschmeißt. Ja, und Titan kann ich nicht in den Diamantofen. Aber wir müssen diesen DAS zuerst machen. Da brauchen wir die Dia- und Obsidian eben. Okay. Okay. Okay, das Ding ist nach der Folge, also wir nehmen ja noch eine auf der Nachher. Nach der Folge hier sind wir safe. Da kann uns, also die können die uns auf gar keinen Fall mehr snipen. Weil das ist die letzte Folge, die wir aufnehmen dürfen heute. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch gesnickt bleiben und die nicht kommen, ist alles gut. Und soll ich jetzt meinen, was soll ich verzaubern? Ich habe ja Titan Chest Protection 2 und Titan Boots Protection 2. Mhm. Was soll ich verzaubern jetzt? Ich kann dir gleich noch Bücher geben und dann kannst du schauen, was du darauf bekommst. Warte kurz. Ich baue das eine Orbi hier noch ab. Dann droppe ich dir die gleich. So. Hier sind die Bücher. Kannst du mal probieren. Mhm. Und ich brauche noch fünf Orbi, dann kann ich das ganze Titan machen. Soll das Gold auch auf und liegt schon fertig sein. Äh, Power, Sharpness, Efficiency, äh. Sharpness oder Protection? Sofort verzaubern einfach immer. Sharpness. Nochmal Sharpness. Sehr gut. Nochmal Sharpness. Können wir vielleicht ein dickes Gradesfall oder sowas machen? Jetzt habe ich hier nur Efficiency zweimal. Habt ihr Lust, fragt der. Habt ihr Lust? Feinig, oder? Folge 4 versus Folge 6. Hm. Eher weniger, eigentlich. Ähm. Ja, also ich hoffe, die kommen jetzt halt mal nicht. Aber. Was ich noch sagen wollte. Wir haben die ersten drei Folgen ja im Stück aufgenommen. Und wir haben vorher noch nie wirklich sowas zusammen gemacht auf YouTube. Mhm. Und es ist direkt so ein Projekt. Und wir haben gerade vorher vor der Aufnahme schon drüber geredet. Die Kommentare sind irrwitzig. Es ist alles voll mit, wo ist das alte Titan, wo ist Tobi. Also bei mir ist mein Team mit gewesen, mit welchen Titans er immer gespielt habe. Ähm. Ja, wo ist eigentlich Tobi, Mensch? Tobi spielt LOL den ganzen Tag. Also halt wirklich. Der hat Minecraft, glaube ich, ewig nicht mehr angefasst. Und das, was aber am häufigsten kommentiert wird bei uns beiden, war einfach, oh, ihr glaubt, ihr habt guten Stuff? Schaut mal bei Basti's Folge. Schaut mal bei Basti und Fabo. Ja. Wenn eine Fisch-N-C da ist, soll ich trotzdem? Oder wie macht ihr das denn dann? Nee, nee, nee. Dann verzauber dein Schwert zum Beispiel oder deine Pickaxe. Dann kriegst du ein anderes Enchantment. Das resettet sich dann. Dann mach ich aufs Schwert einfach Schabnis. Ich mein, das ist jetzt relativ wurscht, weil wir gleich eine neue haben. Ja. So, wir haben nochmal 15 Titan Power. Das sind 30 Teig. Fisch-N-C, 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 ey. Zack. Das sollte hoffentlich was Gutes rauskommen. Mann. Power? Nee, Power würde ich nicht machen. Ich würde nur Protection oder Dings machen. Soll ich dann unnötige Sachen einfach verzaubern? Ja, ja. Du kannst auch deine... Warte mal, was machen wir gleich? Ah, ich hab noch ein bisschen was an Rüstung. Wir haben 30 Titan-Ding jetzt. Wir sind, glaube ich, beide Full-Titan. Protection, nehm ich aber, ne? Ja, wir brauchen Protection. Protection unbedingt. Ja, okay. Ich hab alle Bücher, die wir haben, verzaubert. Schaffen wir jetzt Full-Titan? Ja, wir sollten's schaffen. Dann soll ich die Bücher schon mal zusammenkratzen? Ja, 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 kannst du machen, kannst du machen. Ich schau kurz, was ich jetzt für... Okay, für den Greatsword brauchen wir 6 Ingots. Das heißt, wir brauchen 12 Gesamt. Für die Hose brauchen wir auch nochmal 6. Das ist 24. Ich hab noch 10 Titan Crystal. 24 und 12. Wir bräuchten noch 6 Dears, sonst sind wir Full-Dear. Und haben beide Titan Greatswords. Ich brauche nicht mal die Seiten rein. Ich hab jetzt ein Schatmiss-2-Schwert und ein Schatmiss-Buch und ein Schatmiss-1. Das, wenn wir auf ein Schatmiss-1 bekommen, haben wir schon mal auf beiden. Warte, hast du jetzt auf das Citrin-Schwert gemacht, die Bücher? Äh, nee, nee. Okay, okay. Ich hab ein Schatmiss-2-Buch und ein Schatmiss-1-Buch. Ah, okay, okay. Mein Schwert hab ich auch Schatmiss-2-Buch, aber nur, weil es nicht alles ging. Ja, 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 alles klar, alles klar. Und ich hab ein Protection-2-Buch. So weit sind wir bisher. Das ist super. Protection-2 ist super, weil meine Schuhe haben nur Feather Falling. Also entweder machen wir dann ein Portrait halt oder wir machen meine Schuhe halt noch Protection. Hm. Ja, und dann Äpfel halt als nächstes. Genau. Und, ähm, haben wir, an was fehlt es uns denn noch, um mehr Bücher zu machen? An Leder oder an Papier? Ähm, beides. Wir haben beides nicht. Okay. Ich mach mal zwei Zeiten Hosen. Ich war oben an extrem viele Kühe. Da waren wir zwar ein bisschen panisch, so, aber... Ja, aber da können wir gleich nochmal hingehen, das ist kein Problem. Das machen wir. Du hast jetzt gar keine Bücher mehr, hast du gesagt, ne? Ich hab gar keine Bücher mehr. Okay. Einen Minuten sind wir auch schon wieder raus. Ich hab noch zwei Sugarcane, aber... Krass, die Folgen gehen so schnell vorbei. Ja. Vor allem, wenn wir laufen müssen. Unfassbar. Guck mal ins Safe Inventar. Ich hab deine Hose lang getan. Danke. Das ist richtig nice. Okay. Wir sind jetzt eigentlich schon... Das ist schon der Status Full Titan, den wir eigentlich haben wollen. Weil, ähm, den Helm wollen wir eigentlich behalten. Sobald die Leute ein blindes Schwert haben, brauchen wir den. Dann... Ja, können wir uns jetzt noch Schwert her machen und haben dann alles? Äh, warte. Also gehen wir jetzt gleich in der nächsten Folge nach oben. Ja, wir können uns Schwert her machen. Wir können tatsächlich Schwert her machen. Wir haben alles. Dann gehen wir in der nächsten Folge nach oben, dann haben wir alles. Ja. Also es wäre noch ganz gut, wenn wir halt dann noch ein bisschen verzaubern. Und das können wir halt dann machen, indem wir uns nochmal mehr Leder und so holen. Mhm. Ja, perfekt. Alles klar. Super. Nice. Huuuuh. Gut, dass wir uns nicht gesnipet haben. Das war echt wichtig, dass wir die Folge überleben. Sehr gut. Ja, das war wichtig. Das war wirklich wichtig. Und dann noch so gut mit so vielen Dias. Ja. Richtig nice. Wird jetzt auch in fünf Sekunden gekickt. Eieieiei. Okay. Sehr gut. Wir sind aus dem Schneider erstmal. Dann sind wir so ziemlich ready. Ja. Also Plan für nächste Folge. Titanzeug fertig machen. Ja. Äpfel farmen. Und dann ab nach oben. Und dann sind wir ready. Ich würde sagen, wir nehmen sogar nur noch eine Folge heute auf. Und dann haben wir noch eine für die nächsten Tage übrig, wenn wir dann mehrmals joinen wollen, falls wir kämpfen wollen. Hätte ich gesagt. Okay. Fast. Ja. Alles klar. Gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Lass ein Like da. Schaut beim Video vorbei. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis morgen. Ciao, ciao.